Goretzka soll zweite Chance beim FC Bayern erhalten. Leon Goretzka, der in der letzten Saison bei dem FC Bayern oft denn doch eine Charger spielte, soll zusammen mit dem neuen Trainer Vincent Kompany eine zweite Unwägbarkeit erhalten, als Ehrenpräsident Uli Hoeneß angekündigt hat. München, auf einer Jubiläumsveranstaltung des SV Seligenporten, zwischen der Hoeneß den Ehrengast anwesend war. erklärte der 72-Jährige. Im Leben bekommt man immer eine zweite Unwägbarkeit. Das gilt wenn schon für ihn zwischen Bayern. Hoeneß fügte hinzu, es gibt so Trends. Und dasjenige wird jetzt wenn schon so sein. Wie immer in dem Leben, you always get a second chance. Ab morgen beginnt eine neue Zeitrechnung. Wenn er in Art und Weise und vollwertig ist, heißt es noch stark nicht, dass er zwischen uns nicht spielen kann. Allerdings konnte sich Hoeneß eine kritische Anmerkung nicht verkneifen, die letzten zwei Jahre waren nicht in Ordnung. Goretzka hatte hinter dem Adela seines Stammplatzes zwischen Bayern wenn schon eben diese EM in Deutschland verpasst. Kompany will sehen, welche Spiele an dem Hungrigsten sind. Mit der Zusage von Joao Palhinha haben sich Goretzkas Optionen auf einen festen Spielfeld in der Startelf weiter verringert. Welches der die das ihm gehörende schwierige Lage noch verstärkte. Trotzdem soll der 29-jährige Brett Hartmannhaft sein, bei dem deutschen Rekordmeister zu bleiben. Verschiedene Medien berichteten, dass Goretzka auf eine Neuverteilung der Karten zusammen mit Kompany setzt. Der neue Trainer hatte zwischen seiner Ausdruck betont, ich werde keine Unterschiede machen, ich möchte denn doch sehen, Welche Spiele an dem Hungrigsten sind, weil besagten Zusammenschluss zu zeigen und erfolgreich zu sein. Dennoch wird Goretzka weiterhin den potenziellen Ausscheiden gehandelt. Dass ein Verabschiedung nicht ausgeschlossen sei, falls er in der Zubereitung nicht überzeugen kann. Ein Veräußerung könnte dem FC Bayern eine beträchtliche Ablösesumme einbringen. Manchester United soll im Gange angeblich bereit sein, 40 Millionen Euro für Goretzka zu zahlen.